Wir müssen damit ordentlich schon wegschmeißen, oder? Mit Anlauf! Ja, ist das schon viel besser! Wie wird das rausgelaufen? Geht doch! Hänger als ich erwacht habe! Ist ein bisschen arschlastig getrimmt! Ja, so kriege ich dich nicht ins Bild! Sehr hübsch! Sehr hübsch! Ich will nichts sagen, aber versuch mal ein bisschen Richtung Schrebergärten zu kommen! So, ein bisschen weg von der Straße! Ja, ja! Ja, ja! Ja, klar! 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 Juri! Juri hat schon zweimal gekotzt! Hol sie runter, Trimm nach! Jawoll!